Mein Name ist Tracy, ich bin Trompette und ich wohne im Zett. Der nächste Grund ist, weil ich immer gerne Musik machen will und der Grund war immer mein Prof. Ich habe mich relativ frei in Kontakt mit der Musik. Das war auch der zweite Grund. Und weil ich lieber nicht so gerne Prof sind, wie ich selber spiele. Mein Plan B wäre die Polizei. Bruno Mars, Shawn Mendes und Michael Bublé. Ich bin in der Zehn zur Musik. Ich bin in der Stadt, die ich bin in der Krasse. Ich bin in der Krasse. Und ich habe alle Musik in der Krasse. Ich bin 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 in der Krasse. Und ich bin in der Krasse. Ich bin in der Krasse. Zu zweitens sind die Hand an Hand und die Hand extrem schwanken. Dabei sind sie hart zu pfeifen und zu sangen, sodass die ganzen Kassier gegen die Höhre gekümmert werden können. Meine Fischleife denken, dass sie sich ziemlich sportlich gut kreparieren sollen, weil sie nicht mehr als im Bisch. Und dass sie ihnen alles wissen sollen, egal was im Bisch geschieht, weil dann das wissen wir einfach.